hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge subsistence es geht die sonne auf schauen wir wo unsere nachbarn sind wir wissen da ist einer aber das sind zwei feier oder oder tut es jetzt nur so reflektieren ich will ein wenig laut sein da ist der ding und da ist der zweite unser näher muss ja dann hat dritter kommen war der da das hat er da leicht und da leicht ich kann schon sei dass der zwei banditen sind also der was baut dass sie so neu zusammen sein naja um so ist möglich sein wir werden da einfach hinschauen und schauen wo es aber beim letzten mal stehen bleiben was wird man machen schauen wir mal aussehen und schauen wir mal auf die uhr dann bin ich jetzt hier das ist 15 24 ob man dieses mal noch waschen in einer halben stunde ok dann ich glaube in stahl wird man machen oder kühlschrank 2200 da brauchen wir noch wo haben wir wie ist denn da rum die renner wir machen die eine batterie und dann machen wir sie in kühlschrank ich habe zwei bretter ok was braucht der das das wir brauchen einen und dann machen wir sie in den kühlschrank sobald das natürlich aufgelandet ist das ist oje wo wir wie wir können ja da wäre mal kischchen gehen da schwimmen wir ja schon fast Hoffentlich ist er großer dran, dann stehen wir da jetzt nicht lange umeinander. So, ein schönes Tag auch hier ist er, ja, ich glaube, oder ist es ein kleiner, mir werden es gleich sehen, schaut so groß aus, ja, sehr gut, sehr gut. So, machen wir die, hier die Sau. Ja, und ich nehme da mit Linux auf, also ich hoffe, dass wir da keine Fehler haben. Also jetzt von der Aufnahme her ist eben selber rent top, der Wahnsinn. Benutzt oder, falls interessiert, ist kein Ruder Linux, weil es eben so die schönen Sachen beinhaltet, die was gehen wir benötigen. Und die ganzen Spiele laufe ich zum Kriegen, und es geht wirklich sehr einfach, ist ja schon fast Windows ähnlich. So, schauen wir schnell nach dem Beet, das braucht aber nichts, das hat alles, dann würde ich sagen, drehen wir gleich herunter, beziehungsweise, ich will raufschauen, dann sind wir eh alten Nachbarn, der ist da, glaube ich, die Richtung, äh, also eher so, äh, also eher so, ja, da haben wir ja nicht, aber Toschen, Toschen nehmen wir mit, ja, jetzt holen wir zuerst die Toschen. So, bis jetzt. Kalium oder Resen? Kalium. Äh, da ist er aber, wir erinnern, so wie wir da auf dem Stein so passen, aus Unmischern, was die doch für Bandschau haben. Das ist der Bahnweger, macht ja nichts. Da steht einer. So, warte mal, zack zack, die sind da, oder? Warte. 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 Oh je. In der Nähe, wir sind in der Nähe, der Kreis von Stoomen will man. Danke. Oh je, hä. Na ja, wir haben in die Nähe nachgreifen, in die Stoomen, wir haben. da ist nix, dann ist das das Ofenlicht und das Lagerfeuer haben sie an der Spitzen stehen wir haben unsere Batterie nicht aufgestellt naja, den Standard Stromfüß und so Lockwick kann man auch machen äh, der Fremde, ne oder Fischen der Fremde der Fremde der Fremde der Fremde makes the Fremde the Fremde the Fremde ok Ok, also so viele Tage dazwischen, wie viel ein wenig, da hat er der Plan. Ich glaube, ich bringe alle zwei Tage eine Folge, das ist näher zusammen. Kranz, Kranz, hat 150 Leben, das ist auch nicht ohne. So, ich gehe einmal unsere Batterie an und da wir uns um unseren Stromhaushalt kümmern. Gehen wir es da weiter her. So, 1200 brauchen wir, BEM, mit 200 Maße. Lassen wir es einmal aufwägen, 500, normal. Dann filmen wir es sich komplett da und machen uns die Masse. Und holen uns vielleicht, jetzt rentiert er sie, eventuell irgend oder noch. Weil jetzt haben wir doch einige Materialien. Da, was man sagen kann, schmeißen wir seine Schliste, ja, haha. Können wir schon machen. Ich glaube aber, jetzt gehen wir Holz holen. Wir müssen mal schauen, dass wir unseren Stamm aufwägen, weil sonst wird es mir schlüsselt gar nichts. Wenn ich eh schon beim Wasser bin, kann ich mir ja gleich das Flaschal aufwägen. Ich renne immer zuerst zum Zeug, möchte ich gleich nochmal sagen. Weil die Sachen, die verschwinden, die spawnen und die spawnen und die spawnen woanders wieder. Und der Fluss, der bleibt ja da, wie die Bäume, das bleibt da, das rennt da nicht weg, das spawnt nicht. Dann holen wir die anderen Sachen immer zuerst. Und da kriegen wir natürlich auch unsere Baumlarve raus. Und dann mit der Baumlarve, wenn man die Materialien hat, kann man sich an Köder eine kleine Leine machen. Und dann kannst du fischen. Eine Batterie haben wir aufgeschüttet, Holz brauchen wir, schlichtweg Holz. Das ist der Bett. Das ist der Bett. Die Idee, das ist der Bett. Nehmen wir das Bett. Das ist der Bett. er ist leer er 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 da sind noch die kisten da unten und ich habe keinen schlichter, mich zieht das Mist ja, ein Bär, der schreit nach mehr Bär, hallo Bär, ich will nur den Baum, naja gehts, sehr gut, der ist mit seiner Hütte da vorne auch schon, der darf auch schon mal ausstehen rechts vom Baum, wo der Bär jetzt ist hoppala, der ist schon leer da kann er sein Lagerfeuer ja, wo ist er da, ah ja, da zieht es da aber wir haben sie, naja, bei der hocken kann so dann muss ich nur noch ein wenig was mit ja, weil Holz ist schnell besorgt und das kann man in den Wiederverwert reinhauen, ich überlege halt grad, schauen wir mal wie es mit der Masse da hingeht weil wir ja dann doch wieder lohnen müssen und wieder wir verlieren ja auch die Masse, wenn wir sich den Verwerter da machen dann schauen wir mal wie viel Sprügel das wir haben und dann überlegen wir ob wir den machen oder nicht ok, die Runden lassen wir, wir gehen da zurück oder Schwemmannsdruck oder Schwemmannsdruck das Kupfer nehmen wir sie noch mit irgendwann sind sie gerade die erste okay, kann mal nicht oder was nö nö der umpickt nur was das bekomme ich aber sicher nicht geht sie glaube ich nicht aus ja, ich halte nicht aus Danke Elimate, nicht hoch Der Bär Der Bär ist los Da oben ist ein Erdsaal, da ist eine Kiste Der Bär ist los 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 Da Da haben wir es hinein, jetzt, wenn ich da mit dem Haxen nicht trinkst du mit einem anderen glaubt das nicht, ähm, gehen wir mal angeln, oh wir müssen da einmal, vielleicht erinnert uns jetzt der Bären ja, wir haben den Bären an der Angel, da waren wir besonders. Schau, die Wüster ist aber zum Klick schneller. Äh, da Bär kommt gleich, ach du liebes Büschen. Schau, 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 schau. Das beobachten wir. Der bleibt ja mal auf die Fersen, zum Glück sind die gleich schnell. Bin ich bei dann gespannt, was die da macht. Soll ich nicht mehr untergehen? Warum schwimmen denn die da um mich, wie sie es sehen? Ich sehste, der Bär ist langsam schneller, oder? Ah, er hat einen Klick gehabt, die Sau, so, die steht aber jetzt, der Bär geht noch. Ich seh, er geht in die Richtung, dann seh denn die Sau rennt weiter. Weg ist's, ok, jetzt ist's wurscht. Oder gehen sie aus der Sichtfeld? Ja, aus der Sichtfeld. Na gut. Da geht's, ihr Float. Sonne geht auch schon unter. Jawoll. Das ist ja heute unser Glückstück, wie es beim Fischen. Und der Lud war auch nicht blöd. Da war eine kleine Runde heute. Und so wie es ausschaut, kann ich ja heute sogar die Zeit einhalten. Oh, Wunder. Ja, war halt nicht so überraschend, aber die Jagd, der Bär jagt das Wildschwein. Das ist jetzt nur Oster rein. Da geht wieder. Und bevor wir Schluss machen, nur auf die Karten schauen. Jetzt grillen wir uns einmal was. Ja. So. Die Natur ist gleich zusammen. Ah, ich will sie. Speed. Ja. Und also. Touch. Perfekt. Wir sind satt. Haben wir keine Lampen nicht. Haben wir. Maaah. Die Werkbahn. Das ist unser nächstes Ziel. Bevor wir irgendwas anderes. Weil ohne Werkbahn keine Barren. Und und und. Die Werkbahn ist das nächste. Danach dann der Kühlschrank. Die. Und die wollten wir auch machen. Fällt mir gerade ein. Und das ist auch das nächste. Das heißt mehr Strom gibt es sowieso nicht. Wir brauchen 120 Masse. Die werden wir uns generieren. 750 Strom. Um. Die anderen Sachen haben wir alle. Die Werkbahn. Ich denk mir schon wenn ein Licht. Wisst verdammter. Macht nichts. Machen wir uns. Nächste im Projekt. Die Werkbahn. 16 Fischbrunnel haben wir nicht. Na gut. Da sind 13. 20 Sekunden. Das weiß ich nicht. 32,67 am Ende Eduklands. Ja ja. sagen, ich mache jetzt Schluss, damit sind es glaube ich jetzt eine gute halbe Stunde und ich werde das jetzt offscreen noch ein wenig reinlassen, damit sich der Strom auflädt, dass wir dann beim nächsten gleich die Werkbank machen können. So, wo er halt nur eine Kurzversion heißt, aber das passt schon, die Nachbarn, da, achso das ist, nein nein, da ist unser Nachbar, das ist eine Nomade, der ist entweder heute nur da, weil da unten der Felder ist, der, der hat wechselt, jede Nacht, oder sogar in der Nacht. Und da sind zwei Feier, ach, das ist in seiner Hütte drinnen und das ist das Lagerfeier, ok. Was sonst noch nix da, das ist auch ehrlich gesagt schon zweit, das heißt der dritte und vierte, die werden sich alle da irgendwo aussiedeln, ist da, da gehört noch aufgedickt. Wobei das ist nur ein Eis, aber dick muss trotzdem auf. So, jetzt sollten sie alle da da irgendwie versammeln, rundherum, da auch, da ist auch nix da, oder, was da auf, falls da noch auf geht, ich glaube aber nix. Weil das schaut so grad aus, dass ich da glaub am Taun entlang rennt bin. Na ja, sei es, wie es sei. Wo würde der baut, der nicht. Der ist schon fast fertig. Na ja. Was sagt der Strom? Ja, da meine. Aber ich denke mal, wenn die Werkbank steht, steht man es da mittig her. Da so holt, wenn wir um einander rennen. Und da haben wir da einen Stick drauf. Hm. Dann haben wir ja. Ganz, ganz süß sogar. Ja, 720 Strom hätten wir ja dann. Aber wir müssten da noch wenigstens auf tausend, wenn ich sogar mehr gehen. Dass wir die 20 Masse kriegen. Und ja, die starten wir beim nächsten Mal. Die verabschiedet mich. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst. Aber sowieso egal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.